Herzlich Willkommen zu diesem Redstone Tutorial. Mein Name ist Snow und ich zeige euch wie eine leckfreundliche und auch kompakte Zuckerrohrfarm bauen könnt. Ich habe euch gestern ja schon die Bambusfarm gezeigt und diese funktioniert ganz ähnlich, also die ist im Prinzip dieselbe nur mit dem Unterschied, dass wir hier vorne Wasser haben, damit das Zuckerrohr auch wachsen kann, beziehungsweise dass man es überhaupt anpflanzen kann. Der Rest ist genauso gebaut wie bei der Bambusfarm gestern und das zeige ich euch jetzt. Und wir fangen mal wieder mit dem leichtesten Part an. Wir bauen eine Trichterstraße. Die könnt ihr wie immer so lang bauen wie ihr möchtet. Ich mache sie 5 lang, das ist am einfachsten und ich empfehle euch ein Fass zu platzieren. Das lässt sich auch schön öffnen, während man es zugebaut hat. Nachdem ihr diesen einfachen Part gemeistert habt, wird es ein bisschen tricky. Wir fangen an hier nämlich Drichterlohren drauf zu bauen und auf diese schieben wir Gras, äh Erdeblöcke, sodass die Drichter nicht immer drunter umher fahren müssen, um die Items einzusammeln. Da fangen wir an und umranden den ersten Drichter mit soliden Blöcken eurer Wahl. Wichtig ist, dass der Block hier auf der einen Seite, auf der Vorderseite eine Treppe ist. Welche Treppe ist völlig egal. Ich nehme jetzt eine Quarztrappe. Dann setzt ihr hier einfach eine Schiene hin, egal welche, könnt dann einfach hoch bauen. So, platziert einmal die Trichterlohre, platziert hier oben den Pisten, dann einmal die Erde über die Trichterlohre und zerstört die Schiene drunter. Was ist wichtig, ansonsten lässt sich das nicht zusammenschieben und dann aktiviert ihr einmal den Pisten und er ist drin. Und das wiederholt ihr für die restlichen vier oder auch mehr Trichterlohre. Nachdem ihr den Part gemeistert habt, könnt ihr vorne die Treppen schon mal mit Wasser füllen und hinten kommt noch mal ein solider Block als Abstandshalter drauf. Auf diesen soliden Block könnt ihr dann einfach Pistons in die Richtung von dem Zuckerrohr stellen und über diese Pistons setzen wir dann auch noch mal Beobachter. Wichtig ist jetzt, dass ihr hinter diesem Beobachter solide Blöcke macht und unter den Pistons eins drunter auch noch mal und hinter die Pistons auf den soliden Block dann das Redstone setzt. Somit haben wir den Abfarmen Mechanismus schon fix und fertig. Jetzt kann auch theoretisch das Abfarmen schon beginnen. Allerdings ist es nicht so schön, wenn das Zuckerrohr abgefahren wird, dass es überall verteilt wird und nicht eingesammelt wird. Deswegen bauen wir noch einen kleinen Kasten um das Zuckerrohr herum, so dass es nicht überall herumschwinden kann. Da empfehle ich euch einfach irgendein Material zu verwenden, was ihr möchtet. Wichtig ist, dass es ein solider Block ist und nicht irgendwie eine Glasscheibe, die nur ein halber Block ist. Ansonsten kann das Zuckerrohr auch hier vorne fallen und wird nicht aufgesammelt. Ihr könnt die Kammer natürlich auch komplett zumachen. Ich habe es immer ein bisschen lieber mit Glas, dann sehe ich nämlich auch noch was von der Farm. Ihr könnt sie auch theoretisch komplett im Dunkeln lassen. Also Zuckerrohr wächst auch in kompletter Dunkelheit. Ich mag es aber mit ein bisschen Licht und Glas davor. Und das war es auch schon. Ich hoffe, das Tutorial hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Zuckerrohr-Farm. Ich hoffe doch, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder auch Kommentare mit ein paar Wünschen, was ich euch noch so zeigen kann. Bis bald, euer Snow. Woo! 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 Wis ge.